Yay, Little Nightmares! Wie toll! Ah, letzte Folge war komplett chaotisch einfach. Ich weiß auch nicht. Oh Gott. Oh mein Gott! Ich mach das ganz kurz hier und dann können wir einen ganzen Spund weiterreden. Alter, sind das Kinder? Babys, die da liegen? Really? 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 So. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Neue Folge Little Nightmares, nachdem die letzte Folge ja so toll war. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, was war das? Warum? Warum? Warum machen die sowas? Hallo! My friends! Ich folge euch einfach mal. Cool! Ah! Das haben wir super gemacht. Also ich mein, den Teil jetzt davor, der war komplett einfach nur chaotisch. Die letzte Folge von Little Nightmares. Ich weiß echt nicht, was da vor sich ging, warum ich so scheiße gespielt habe. Oder warum das Spiel einfach so scheiße ist. Nein, äh, das Spiel ist wirklich cool. Also ich lieb's. Ich find's knuffig. Ich find's süß. Wär ich nicht einfach zu dumm dafür. Also nächstes Mal spiele ich vielleicht Spiele, die idiotensicher sind. Ähm, ich hoffe, der Ladebildschirm geht. Dankeschön, weil mir sind gerade keine Themen mehr zum Reden eingefallen. Okay, äh, I think... Das ist ein neues Kapitel, so ne Art. Ich seh hier absolut nix, deswegen... Haben wir mal das Licht an? Ich find's schön, dass ich die Taten früher mache, als wenn ich's ausspreche, so. Ähm, mein Gehirn ist ein bisschen langsam, das kennen wir aber alle. Ähm, wir gehen mal hier rein. Wir kommen hier rein. Das ist auch besser so, weil ich... Hallo, Knuffi! Ich will mich... Waaah! Ist das ein Knopf? Sehr verführerisch. Ja... Und nun? Schlafende Kinder. Wie lange kann ich mir das anschauen, hä? Das Kind bewegt sich. Okay, cool. Ach guck mal, hier ist sogar extra ein Stuhl dafür, um sich hinzusetzen. Hallo! Jetzt rennst du weg! Warum rennst du weg? Warum rennst du weg? Das ist nicht cool. Ich dachte, wir sind Freunde. Okay, ähm... So... Ich kann hier anscheinend... Was kann ich mit einem Stuhl machen? Ich bin mir noch nicht sicher. Schubst die... Ups! Dann gehen wir hier mal durch. Und... Ich denke mal, hier können wir weiter nichts machen. Hm... Oh, jetzt habe ich die Lampe umgehört. Ich muss nicht... Ich hoffe, wir... Eine Tappe! Oh, cool. Okay, ähm... Ich glaube, das war's hier. Ich... Ich denke mal echt, dass wir hier nicht mehr sehen können. Die zeigen uns doch so ein bisschen den Weg, kann das sein. Ich sehe halt... Nichts. Oh! Nein, ich wollte unser Gesicht ziehen. Will ich hier sein? Das ist mal eine ganz andere Frage. Und Ball. Erstmal spielen. Hui! Sieht aus wie ein Geheimgang. Aber wofür ist der Hebel? Das will ich erfahren. Ich will so vieles hier erfahren. Oh mein Gott. Ich denke mal, da können wir dann nichts anfangen. Ich denke mal, da können wir dann nichts anfangen. Ah! Das ist ein Schlüssel. Nein, nein, nein. Oh, gut, dass wir weich landen. Perfekt. Wer hat da mitgedacht? Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Mein Schlüssel! Ich weiß noch nicht ganz genau, wofür ich den brauche. Ich leg den einfach mal da hin. Ah genau, vier hier, gut. So, dann holen wir mal ganz fix den Schlosser. So. Und dann reingesteckt und umgeschlossen. Oh cool! Oha! Ey, ich hab das Rätsel gelöst, ohne dass ich's wollte. Oha, das war echt cool gerade. Ah, warte mal. Ich glaub ich brauch dich nur mal. Ich glaub ich brauch dich nur mal. Wie ja! Na, was hab ich für dich? Ja! Ui! Oh naaa! Oh Ney, wir haben schon wieder Hunger. Komm schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier schwingen sollen Okay, okay, okay Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich ein bisschen... Ah, nee, okay Ich wollte das noch anders... Ah, nee, okay... Ah... Oh, nee, das ist nicht... Sag, das ist... Oha... Also sein Gehirn... Gehirn scheint sehr gut zu sein, jedoch seine Augen nicht... Und es existiert nur noch sein Oberkörper von ihm... Nee... Er hat... Achso, er hat Füße, er ist nur... Er wollte nur keine... Lange Beine... Er ändert mich ein bisschen mit dem Hut an Freddy Krüger... Wahrscheinlich ist sein Name Freddy... Er atmet sehr laut... Ich weiß nicht... Ich schau mich ganz kurz hier um... Füße... Äh, Schuhe... Mit Füßen... Also ohne Füße... Weil es wäre sonst nichts... Komisch... Ja, das war schon ein bisschen creepy... Oh... Okay... Hey, hey, hey... Hey! Man wirft nicht mit Schuhen... Ja? Okay... Ähm... Okay, let's go... Können wir jetzt mal... Ich will hier was anmachen... Ich würde sagen... Ähm... Das war ein guter Abschnitt... Hier jetzt eine Pause zu machen... Ähm... Als die letzte Folge... Ich bedanke mich fürs Zusehen... Äh... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder... Und bis dahin... Ähm... Macht's gut... Haut rein... Und... Ja... Hab keine Albträume...